53,4 Milliarden Euro pro Jahr zahlt der Staat aktuell an Pensionen für Beamte. Demnach ergibt sich, dass ehemalige Staatsdiener im Schnitt 3.240 Euro pro Monat kassieren. Das ergibt sich dadurch, dass es am 1. Januar 2023 knapp 1,4 Millionen Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes gab. Laut dem Statistischen Bundesamt übrigens ein Plus von 1% gegenüber dem Jahr 2022. Pensionärinnen und Pensionäre erhielten ein durchschnittliches Ruhegehalt von 3.240 Euro brutto pro Monat. 2022 im Januar waren es 3.170 Euro brutto pro Monat gewesen und zusätzlich bezogen rund 378.600 hinterbliebene Versorgungsleistungen. Wenn man das alles ausrechnet, beliefen sich die Ausgaben für Pensionen der ehemaligen Staatsbedienstete im Jahr 2022 auf 53,4 Milliarden Euro. Zusammen mit der hinterbliebenen Versorgung in Höhe von 8,4 Milliarden Euro entsprach das rund 1,6% des Bruttoinlandsprodukts. Nun möchte ich hier keine Neiddebatte entfachen, sondern ich will hier einfach mal die Zahlen nennen, die Sie vom Statistischen Bundesamt einfach erhalten können. Öffentlich zugänglich einfach mal bei Google eingeben. Ich möchte in diesem Video aber mal ein wenig darauf eingehen, warum gibt es denn eigentlich diesen Unterschied zwischen Rente und Pension? Warum erhalten Beamte rein nach diesen Zahlen mehr Geld? Also was ist der Unterschied zwischen Rente und Pension, zumindest der theoretische Unterschied? Und dass es da einen Unterschied gibt, das wissen Sie alle, nämlich mindestens mal auf dem Konto. Als Arbeitnehmer erhalten Sie in Deutschland, wenn Sie in den Ruhestand gehen, eine Rente und eine Pension erhält in der Regel, wer als Beamter, Richter, Pfarrer oder Berufssoldat tätig war. Für die Pension ist das letzte Einkommen entscheidend, zumindest grundsätzlich und danach wird die Pension berechnet bis zu einem Maximum von 71,75% des Bruttogehalts oder des letzten Bruttogehalts. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen und Details, aber auf die möchte ich in diesem Video gar nicht eingehen. Bei Arbeitnehmern bzw. Rentnern ist es ja so, dass die über ihr gesamtes Erwerbsleben in die Rentenversicherung Beiträge einzahlen, mit dem Arbeitgeber zusammen. Darüber erwerben Rentner oder Arbeitnehmer dann die sogenannten Rentenpunkte und als Rente erhalten sie dann die Rentenpunkte mit dem entsprechenden Rentenwert multipliziert als monatliche Rente. Vom Prinzip kann man sagen, da ist nicht das letzte Bruttogehalt maßgebend, sondern der Durchschnitt des Gehalts über das gesamte Erwerbsleben. Zumindest so als grobe Daumenregel. Wie gesagt, keine Neidebatte, ich möchte in diesem Video einfach mal die Grundlagen, die grundsätzlichen Unterschiede hier darstellen. Wie bei der Rente kann man auch bei der Pension unter gewissen Bedingungen frühzeitig in den Ruhestand gehen, auch da mit entsprechenden Abschlägen vom Grundsatz. Aber wie gesagt, das nur so am Rante, ich möchte einfach mal die Unterschiede beleuchten. Und wie gesagt, der deutlichste Unterschied ist natürlich das, was auf dem Konto ankommt. Also betragsmäßig hat ein Rentner grundsätzlich weniger Rente als ein Pensionär Pension hat. Aber was man hier fairness halber auch mal sagen muss, ist das folgende. Zum einen, wie gesagt, ich möchte hier keine Neidebatte zwischen Rentnern und Pensionären, denn der Pensionär hat letztlich genauso die Entscheidung getroffen wie der Arbeitnehmer. Ich will da auch gar nicht sagen, Pensionär ist höher qualifiziert oder geringer qualifiziert. Das soll nicht Thema in diesem Video sein, sondern jeder hat seine Entscheidung getroffen. Und ich möchte hier mal die Unterschiede darstellen, weil die Themen, um die es geht, die hat ja die Politik verbockt. Dass wir Altersarmut gerade bei den Rentnern haben, da können ja die Beamten per se nichts dafür. Gegebenenfalls die paar wenige, die in den entsprechenden Ministerien arbeiten oder gearbeitet haben. Aber das sind bei Leibe ja nicht die meisten Beamte, sondern Großteil der Beamte, ich glaube ein Drittel gab es da mal eine Untersuchung, statistisch ist das glaube ich so. Das sind Lehrer. Natürlich gibt es noch andere Beamte auf der Verwaltung und so weiter. Aber wie gesagt, da möchte ich in diesem Video doch gar nicht näher drauf eingehen, sondern ich möchte Ihnen mal die Unterschiede beleuchten. Kein Beamter kann was dafür, dass wir Altersarmut bei den Rentnern haben. Umgekehrt können die Rentner auch nichts dafür, dass sie so von der Politik abgezockt werden. Wie gesagt, der Unterschied auf dem Konto ist unstrittig. Aber was man an der Stelle ferneshalber auch sagen muss, ist das folgende. Wir haben in Deutschland die drei Säulen der Altersvorsorge. Das ist vom Grundsatz die gesetzliche Rente, die erste Säule. Die zweite Säule ist die betriebliche Altersvorsorge. Und die dritte Säule ist die private Altersvorsorge. Und da ist der Hauptunterschied, wie gesagt, zumindest in der Theorie. Denn die Pension soll vom Leitgedanken, vom Grundsatz, zwei der drei Säulen der Alterssicherung abdecken. Nämlich die erste Säule und die zweite Säule. Also analog zum Arbeitnehmer, die Säule der gesetzlichen Rentenversicherung, aber auch die betriebliche Altersvorsorge. Die zwei werden durch eine Pension abgedeckt und demnach haben vom Grundsatz Beamte auch keine betriebliche oder sonstige Zusatzversorgung. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, aber grundsätzlich nicht. Sondern mit der Pension ist die gesetzliche Rente und die betriebliche Altersvorsorge bei Beamten abgedeckt. Das heißt, die zweite Säule, diese Zusatzversicherung, gibt es bei Beamten nicht, sondern nur noch die dritte. Da ist das genau wie bei Arbeitnehmern auch. Die private Altersvorsorge. Und um die private Altersvorsorge müssen sich Beamte dann genauso wie Arbeitnehmer selbst kümmern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mir ist natürlich bewusst, dass das nur die Theorie ist. Und dass auch nicht jeder Rentner automatisch die zweite Säule der betrieblichen Altersvorsorge hat. Aber an der Stelle sei gesagt, da ist mittlerweile gesetzlich auch viel passiert. Was allerdings die Bestandsrentner, die aktuelle Rentnergeneration, gar nicht mehr so betrifft, sondern im Wesentlichen ja nur die künftigen Rentnergenerationen. Die aktuellen haben da tatsächlich ein Problem. Das ist meines Erachtens einfach politisch verursacht oder verbockt. Aber rein von der Theorie, wie gesagt, ja, Beamte haben natürlich eine höhere Pension als Rentner eine Rente. Zumindest statistisch und mit Durchschnittswerten. Aber bitte bedenken Sie da fernishalber auch, dass der Beamte damit zwei Säulen, nämlich die gesetzliche und die betriebliche Altersvorsorge, abdecken muss. Und das darf bei dem Arbeitnehmer da gerne auch berücksichtigt werden. Heißt, man müsste die betriebliche Altersvorsorge dazu rechnen. Wobei ich an der Stelle auch sage, wenn wir jetzt von einer Durchschnittsrente, sagen wir mal, es gibt ja diese statistischen Werte von 1200 Euro im Monat ausgehen. Und bei der Pension reden wir vom statistischen Durchschnitt aktuell, also wie gesagt, nach den aktuellen Zahlen zumindest. Ich hatte es anfangs genannt, von durchschnittlich 3240 Euro. Das heißt, wir liegen damit 2000 Euro pro Monat drüber. Das sage ich dann aber auch. Da brauche ich nicht wirklich eine Statistik, um festzustellen, dass da auch bei Arbeitnehmern mit einer betrieblichen Altersvorsorge noch wesentlich weniger rauskommt als bei einem Pensionär. Allerdings muss man beim Pensionär auch sagen, dass zum einen reden wir hier von Bruttobeträgen, beim Rentner ja natürlich auch, aber der Pensionär muss die natürlich auch versteuern. Ein Irrglaube, der weit verbreitet ist, dass Pensionen nicht versteuert werden. Aber das ist Quatsch. Im Gegenteil, die mussten schon immer versteuert werden. Bei Renten war das ja mal anders. Da hat ja mal ein Pensionär geklagt und Recht bekommen. Seither, seit 2005 wurden ja die Renten dann reformiert. Aber wie gesagt, Pensionen selbstverständlich müssen komplett versteuert werden. Im Gegensatz, da gibt es nicht wie bei der Rente noch einen Rentenfreibetrag. Dann gibt es ja bei Renten, bei Pensionen gibt es keinen Pensionsfreibetrag. Und durch die höhere Pension zahlt der Pensionär dementsprechend natürlich auch höhere Steuern. Und beim Pensionär geht auch noch die Krankenversicherung ab, wobei man hier auch sagen muss, beim Arbeitnehmer natürlich auch. Aber beim Arbeitnehmer ist es durch die Krankenversicherung der Rentner prozentual bemessen an der Höhe der Rente. Und 50% des Krankenversicherungsbeitrags wird durch die Rentenversicherung getragen. Das gibt es beim Pensionär nicht. Beim Pensionär ist das so, dass der in der Regel privat versichert ist. Das heißt, er hat einen fixen Betrag pro Monat, der deutlich über dem Krankenversicherungsbeitrag bei einem Arbeitnehmer oder bei einem Rentner liegt. Und da wird vom Staat keine 50% des Beitrags übernommen. Das, was vom Staat übernommen wird, ist die sogenannte Beihilfe. Das heißt, der Pensionär muss sich nicht zu 100% privat versichern, sondern nur zu einem anderen Prozentsatz, zu 50% beziehungsweise 70%. Da gibt es den ein oder anderen Unterschied, je nachdem, Landesbeamter, Bundesbeamter, Soldat und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt diese Beihilfe. Heißt, da wird die private Krankenversicherung, der Monatsbeitrag zwar günstiger, aber auch unter Beachtung der Beihilfe ist der dennoch deutlich, gerade im Alter, richtig deutlich über den Beiträgen zur Krankenversicherung der Rentner. Was heißt richtig deutlich? Also es gibt nicht wenige, die ich da kenne, die an Krankenversicherungsbeitrag pro Monat 800.000, 900.000 Euro zahlen müssen. Und wenn Sie das alles abziehen, kommen wir im Ergebnis tatsächlich immer noch dazu, dass ein Pensionär unterm Strich mehr hat als ein Rentner. Aber mir war in diesem Video auch mal wichtig, da ich immer wieder beobachten kann, dass es da diese Neiddebatten gibt, nicht nur bei mir auf dem Kanal. Das einfach auch, ich möchte das einfach mal klarstellen. Denn da ist das ähnlich wie bei einem Selbstständigen. Wenn Sie bei einem Selbstständigen schauen, was der theoretisch brutto pro Monat hat, an Einkünften hat, sage ich mal, wenn man es mit einem Arbeitnehmer vergleichen würde, dann sieht die nackte Zahl auch anders aus. Da sagen viele Arbeitnehmer, boah, selbstständig müsste man sein. Der hat ja Kohle, der hat so viel wie kein anderer im Dorf. Aber wenn Sie dann mal beachten, dass der keine Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung erhält, dann gehen allein schon mal an Sozialversicherung 40% ab, dann noch die Steuer ab. Wenn Sie dann dieses mehr oder weniger brutto nehmen und ziehen da allein schon mal weit über 50% mit Steuern, die der zahlen muss, ja, und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz, ganz anders aus. Und ähnlich ist das bei den Beamten. Wie gesagt, wenn wir jetzt rein diesen Durchschnittswert nehmen, 3200 so viel Euro pro Monat, dann kann man zu Recht sagen, boah, ja, warum ist da die Ungerechtigkeit so groß? 2000 Euro mehr durchschnittlich als ein Rentner. Aber wie gesagt, da dürfen wir uns auch ehrlich machen und klar sagen, ja, die Differenz ist groß. Aber wenn wir jetzt bedenken, da ist die erste und die zweite Säule der Altersvorsorge mit abgedeckt und dann gehen noch die vollen Krankenversicherungsbeiträge ab, da gibt es keine Zuschüsse von irgendwo und die Steuern sind dementsprechend auch höher, weil das Brutto dementsprechend ja höher ist. Auch wenn Krankenversicherung und so weiter natürlich steuerlich geltend gemacht werden können, wie beim Arbeitnehmer auch, dennoch sieht die Welt da ganz anders aus. Und dann gibt es natürlich noch einen Unterschied, aber der liegt nicht mehr bei 2000 Euro. Wie gesagt, ziehen Sie allein mal Pi mal Daumen, sagen wir 1000 Euro Krankenversicherung ab, dann ist es nur noch 1000 Euro Unterschied und dann ist die Steuer wesentlich höher. Aber wie gesagt, das war etwas, das war mir in diesem Video auch nochmal wichtig, das klarzustellen. Denn wenn wir einen Schuldigen suchen, der diese Misere, die es tatsächlich bei Rentnern definitiv gibt, da ist all das Armut ganz klar ein Problem und die Renten reichen bei vielen nicht zum Leben. Aber dann lassen Sie uns doch gemeinsam den richtigen Schuldigen suchen und der sitzt in Berlin. Schon immer. Und nicht in den Amtsstübchen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber schreiben Sie mir gerne mal Ihre Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war es von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.